ARD Text im Auftrag von Funk Lädelt hier mit den Armen in der Luft rum Was? Jetzt nicht mehr Das wird heißen, er fällt Ja, bei ihm stehen Nein, er tanzt Nee, er stand nur und hatte die Hände Wo ist denn die komische Frau da? Er hat sich ja wieder beruhigt, jetzt ist er noch mal Da bist du Tobi, du stehst im Brunnen Ne, jetzt bist du ja gar nicht, das ist Hugh Hugh, du standst im Brunnen Ja Und, stehen noch Zweiter? Komm, wir tanzen mal Spassentreffen Das sieht richtig stark aus, ey Kannst du ja du auch? Das können alle Hatten wir nicht irgendwann mal nen Warsong, wo das dann irgendwann alle gemacht haben? Ja, fast alle, ja Der schaut so bescheuert aus Let's dance Oh, ich will nur ein passenden Piker zählen. Uff, 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 uff. Das ist so Gabba-Musik, glaube ich. Come on. Klik, 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 klik. Feli! Seine Klick ist, ist das meine? Nee. Das ist Feli! Irgendjemand klickt hier echt laut. Eieiei. Leiser Klicken, leiser Klicken. Geh dich. Nicht mit der Faust drauf hauen. Geht nicht! Das waren ihre Katzen. Geh wo schießt. Die haben Burger. Burger? Burger! Oh, ich bin ganz allein in Wasser, ich hab Angst. Keine Angst. Ach ne, bin doch nicht allein, sehr schön. Old Firehand ist bei mir, da kann nix schief gehen. Es ist nicht Old Shit. Auch, dass man mit so langen Feuer kein Kampf lässt. Fliegen die Feuerballe. Lauf, mein kleiner Dämonenjäger. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Und wo kam's her? Aus Chara. Stimmt. Der große böse Wolf. Da war ich doch. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! You can see them. Warum funktioniert das jetzt auch nicht? Was ist denn das heute? Ja ne, warum funktionieren alle meine Fähigkeiten nicht? Ich halte gepeint jetzt auch nicht. Ich kann bald gar nix mehr machen. Bei was denn ging's nicht? Beim Hunter? Beim versuchen wollen auf Tage zu gehen. Hast du jemanden Gedanken kontrollt? Nein. Ist da oben eigentlich einer bei Stein? Der Hunter zum Beispiel hatte aber sein Schild da ab. Das war aber nicht der Hunter. Und der? Piu 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 Piu. Unstoppable. Achja, die klassischen Sounds aus Unreal Tournament. Oh. Oh, guck mal, da steht ein Block vorbei. Der Mage zuppelt bei mir aber so richtig. Geht's nicht mehr. Ne, das kann doch nicht mehr zuppen. Ist doch tot. Ja, der kann immer noch zuppen. Meinst du, der zuck noch bewegt? Klar, warum nicht? Einfach mal lassen kann. Einfach mal lassen kann. Einfach mal lassen kann. Klein, kleiner Finger. Augen, äh, flinke Auge. NEPTULEON, EMBER SPIRIT, YEA! Duh, ein Hatterfucker. Boah. Puh. Frichert. Hat leider selbst noch gefehlt. Passitioner. Auf, das ist der Moment. Auf. Waa- 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 Waa! Waa- Waa. Waa- 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 wir haben Wasser verloren. Nein, alle zurück. Zu spät. Nein, dann fangen wir die Alis davor ab. Genau. Tod den Toten. Tod durch Töten. Jetzt haben wir die Diskussion wieder. Tod den Toten und den Untoten. Nein, Untote sind total toll. Und Trolle. Das tut hier nichts zur Sache. Tod den Toten und den Untoten. Wie war das? Getötete Tote, Töten, Tote? So in der Richtung. Bele, du hast es gekriegt. Und tschüss Hexer. Killed bei Feuerbälle. Oh, Plan B. Schieb sie durch. Na ja, Tore, mach dich mal voll. Bitte schön. Einfach weg hier landen. You are welcome. No, you are not going away from here. Wollen wir nicht stein holen? Na halt nicht. Ja, ich hab vorher noch zu tun. Ich hab vorher noch zu tun. Ich hab vorher noch zu tun. Ist gar nicht will. Das war einfach eine Information. Ich löse mich schon mal Richtung Wasser. Jetzt ist es auch vorbei. Nein, und Feuerhin stirbt. Das geht nicht. Oh, hier ist die Stand. Ich stand. Ich renne direkt weiter durch. Keine Zeit. Ich renne nicht weiter durch. Und tschüss. Ich renne nicht weiter durch. Hier, die beiden Halder machen das Ding. Jetzt geht's. Klicken darf ich's. Klicken darf ich's. Aber ich darf's nur klicken. Ja. Was soll denn das halt? Desert rollt dich. Ja, irgendwie schon. Irgendwie? Generell und immer, meinst du? Nee. Irgendwie... Irgendwo... Hatten wir das gestern nicht erst? Desert schenkt mir auch ja manchmal nettes Loot, was manche jahrelang nicht kriegen. Angeber. Rinn! Nee! Rinn! Rinn! Lauf, Forrest, lauf! Weg vom Pally, weg vom Pally! Weg vom Pally, bespuckt ihn! Nee, okay. Ach, das Ding ist schon weg. Cool. Oh, du hast es gemacht. Ich hör überall nur, pff, 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 pff! Meiner! Nächst! Gibt es die Feuerbälle? Nein! Kommen wir hier rein? Pally! Ich hör mal Wasser. Du schaffst es alleine, oder? Wir gehen auf Feuer gucken. Ja, das sollte ich auch nicht kommen. Äh, irgendwas muss ich danach machen. Ich kann so nicht spielen. Ich fiel grad auch nicht. Was ist eigentlich mit dem, äh, Gern oder das dem Urlaub? Cool! Ja, der ist im Urlaub. Wo denn? Äh, war das halt wie? Akra-Kanar, ja genau. Ah, cool. Das ist noch schön warm. Kann man mehr baden gehen? Seine Freunde, wenn ich mich nicht über. Feuer sind 3, 4, 5. Sind wo Alis? Ah, da ist ein Ali. Nein! Von uns überhaupt schon jemand ist dran, oder? Ich? Du bist so geil, der Maul fällt so nebenbei um. Ich, ich, ich stimme mal kurz hier und bevote. Okay. Hoffnung stirb zuletzt. Wenn ich jetzt die Hälfte von meinen Fähigkeiten nicht benutzen kann, ist irgendwie halb lustig. Oder sie nur jedes dritte Mal funktioniert. Du, du, du. Einer muss zu Wasser. Da holt sich ein Ali, die... Ja, der ist halt fast tot. Der verrückt, glaub ich, an meinen Dots. Hui! Geht wieder. Also das eine zumindest. Tatsächlich. Vor mir zu Boden gefallen, sah cool aus. Hätte ich angebietet. Ja, so ähnlich sah es aus. Schält mir. Es gefällt mir. Hauptsache männlich und unterwegs. Auch schade. Ich wollte gerade noch Jimmy töten. Was. Ichccke. Ich danke dir. Was.